Die Behandlung des Stirnbereiches ist für viele Frauen ausschlaggebend, weil es natürlich eine ganz große und glatte Fläche darstellt im Gesicht und je schöner diese Fläche sich dem Gesicht anpasst und je harmonischer das Ganze wirkt, ist es natürlich besser. Man sieht hier bei der Bewegung natürlich auch, dass hier sehr viele kleine Falten entstehen und das zeigt, dass jemand Sorgen hat oder dass jemand halt eben sehr traurig ist oder müde entsprechend aussieht und das sollte bei einer schönen Frau natürlich nicht der Fall sein und dafür gibt es die natürliche Behandlung des Stirn. Also nicht wie man vielleicht aus Magazinen kennt, diese versteiften Gesichtsausdrücke, das wäre sicherlich falsch oder zu viel behandelt. Und wenn man eine natürliche Behandlung hat, dann kann man davon ausgehen, dass in der Umgebung niemand davon etwas mitbekommt, nur man die Komplimente bekommt, dass man halt frisch und erholt aussieht.